so weiter geht es heute mit den sommer schrotten schottern bei weg fest und ja schön dass ihr dabei seid und wir machen heute mal los gibt es ein kleines turnier der hat sich zugelassen also bitte schade schade da muss man den so komisch die werkstatt irgendwas hat upgrades weil ich muss ein bisschen robust in das auto mit reinknallen so halt 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 ich muss mal auf die upgrades gehen bisschen power rein haben oder nicht haben so gut dann fahren wir mit der killer b heute tag starten und los geht's schreibt wohl nur ein ach das ist heute nur wieder ein let's man standing ding okay geil ich hoffe ich habe Bock drauf hier bei weg fest so starten wir rein wie soll wir so weit wie möglich alles verstören ich habe jetzt ein bisschen robuster mit reingenommen jetzt hat sie gut erwischt da den jungen Ich bin so schnell der Barsch mit einem anderen Achtung. Ich bin so schnell der Barsch. ja weil wir sehen schon mal gut ja 20 verlierungen durch den schlag hier und noch mal ein mitgegeben auf die front auf jeden fall schon mal einer weg schade auf jeden fall schon mal einen schlag bekommen und wieder schlag nur noch kein zerstört ne nein also genauer nicht sterben auch keiner ist gerade mal so ein bisschen rum wo ich sage können wir Ja, den kannst du noch mal ein mitnehmen. Ja, ich hätte gerne mal einen oder so. Auf jeden Fall hat der noch mal gut einen mitbekommen gerade. Ah, fuck you. Ich habe aber auch keinen, den ich mir jetzt kontaktieren kann. Oh, leck. Doch, ich habe auch jetzt kurz. Jawohl, ich habe mein Auto zerlegt. Zumindest bin ich nicht mehr so. Wie lange haben wir denn insgesamt nur sechs? Ach, das reicht schon. Okay. Auf jeden Fall ist der weg. Gut, dann haben wir schon mal zwei zur Stelle. Wir haben jetzt noch einen Gang 1. Wo ist der Kollege? Da. Gewonnen, oder? Ja, ich habe gewonnen. Geil. Ich habe drei Autos zerlegt und den habe ich jetzt mit einem Schlaggewicht. Ich habe noch drei Mann. Oh, gut, ich weiß nicht so viele. Da war einer sogar mit vier. Ja, aber wichtig ist, dass ich die Aufgabe gelöst habe und es geschafft habe, liebe Leute. Yay, das ist mit Sanding. Geil. Sehr geil. Auf jeden Fall gut gemacht. Cool. Ich bin froh, dass ich den schönen und mit erwischt habe. Wir haben noch viel Leben gehabt, das muss ich sagen. Zwei Bodosile erreicht. So. Den Summerslam haben wir erledigt. Das ist ein relativ kurzes Ding. Jetzt haben wir hier nochmal Perfect Grassfield. Ich will nicht zulassen. Gut, dann mal den mal mit. Cool. Ach, hier ist auch wieder ein Demolierungs-Arena. Dann machen wir das doch. Wenn wir gerade schon dabei sind, dann geht es noch mal ein bisschen auf die Fresse heute. Okay. Und dann geht es noch mal. Okay. Okay. Vielen Dank. So, auch hier gibt es wieder ein bisschen auf der Fresse. Da fahren wir mal rein. 23 Gegner haben da. Das hat natürlich super geholfen, uns da reinzufahren mit voller Gewichtskundigkeit. Das war aber fast zu nehmen, kommt ja. Ich muss noch mal schaffen, ich bin clean. Ich bin ganz schön ein bisschen raus, dass die Situation da ist. Oh, der hat gut gesetzt mit 20. Nein, das kann ich nicht. Nein, das kann ich nicht. Nein, das kann ich nicht. Ich kann es raus. Ich habe auch nur noch 27, das ist das Problem. Nein, das kann ich nicht gewinnen. Aber wir sind ja schon jetzt auch gleich raus. Ich habe ein Auto zumindest mal rausgenommen. Also, ich bin nicht ganz so unschuldig, aber mit zwei Leben machst du nicht mehr viel. Wenn ihr jetzt merkt, oh, da ist man damit ganz, ganz wenig, dann nehme ich jetzt hier gleich das Rennen raus. Also, zweites Auto haben wir auch noch mit rausgenommen. Dann haben sie noch drei Gegner, aber nicht mehr habe ich hier gerade so ein bisschen. Oh, den würde ich mir noch haben. Ich will zumindest im zweiten, also dritten Sommer auf jeden Fall schon mal. So, den haben wir auch rausgenommen jetzt. Und jetzt fehlt noch, also dritten Sommer auf alle Fälle schon mal. Den haben wir auch zerstört, das heißt, wieder ein Gegner. Die Frage ist... Die Frage ist... Das hat er gut gemacht. Ja, er hatte zu viel. Ich hatte zwei Leben und habe trotzdem noch drei Gegner, glaube ich, geholt oder so. Also, zu nichts, trotzdem gut hat er gut gemacht, definitiv. Jetzt war der halt der entscheidende Kill. Und wenn er nur einen macht, dann macht er halt nur einen. Und jetzt sind wir ein Zweiter jetzt geworden und dann ist das einfach so. Alles gut. Ich bin immer auch nicht böse. Schade. Wir haben jetzt ein bisschen mehr drin gewesen. Level 13 sind wir noch. Ja, schade. Da fehlt aber die Robustheit in dem Auto, muss ich sagen. Aber wir haben es doch dann noch relativ auch nicht gemacht. Vier Gegner inzwischen. Der eine hat nur einen zu sterben. Und das ist halt passiert. Der hat sich komplett rausgehalten und hat dann die Jungs geholt. Hat mich dann geholt. Im Finale. Gut, dann würde ich es auch mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Great. Und dann machen wir heute mal wieder. Ach, Quatsch. Bei Blackfest. Und dann schauen wir mal, was wir wieder nachmachen. Bis dahin. Und tschüss.